Wahlen Nidwalden die 60 gewählten Landrätinnen und Landräte und ihre Stimmenzahl im Überblick 79 Frauen und 143 Männer kandidierten für die 60 Sitze im Nidwaldener Landrat. Alle Namen und Stimmen der Gewählten. Von den 60 amtierenden Landrätinnen und Landräten haben 41 wieder kandidiert, 36 davon haben am Sonntag die Wiederwahl geschafft. Die Gewählten werden am 1. Juli ihr Amt für die vierjährige Legislatur antreten. Im Nidwaldener Landrat sind neu 17 Frauen und 43 Männer vertreten, bei den letzten Wahlen waren es 13 Frauen und 47 Männer. Damit steigt der Frauenanteil um 6,7 Prozent. Aus dem Landrat abgewählt wurden Pierre Nemitz, Bruno Christen, Dave Cassidy, Ilona Cortese-Kaiser und Guido Infanger. 21 Bilder 21 Bilder gewählt, FDP. Urskristen 1981, Pensionskassenspezialist KMU. PD Nidwaldener Zeitung. 23 Bilder 23 Bilder gewählt, Die Mitte Nidwalden, Franziska Röttimann 1974, Primarlehrerin. PD Nidwaldener Zeitung. 13 Bilder 13 Bilder gewählt, SVP Dallenville, Josef Odermat, 1970, Dachdecker. PD Nidwaldener Zeitung. 7 Bilder 7 Bilder gewählt, Die Mitte Nidwalden, Daniel Krucker, 1985, Architekt. PD Nidwaldener Zeitung. 25 Bilder 25 Bilder gewählt, Die Mitte Nidwalden, Therese Rotzer-Mathie, 1964, Rechtsanwältin, Notarin. PD Nidwaldener Zeitung. 10 Bilder 10 Bilder gewählt, SVP Ennett Moos, Markus Woker, 1968, Softwareentwickler. PD Nidwaldener Zeitung. 30 Bilder 30 Bilder gewählt, SVP Hergiswil, Christoph Keller, 1963, Leiter Administration und Finanzen. PD Nidwaldener Zeitung. 13 Bilder 13 Bilder gewählt, Die Mitte Nidwalden, Paul Odermat, 1969, Unternehmer, Landwirt PD Nidwaldener Zeitung. 45 Bilder 45 Bilder gewählt, Die Mitte Nidwalden, Andreas Ganderbrem, 1964, Zahnarzt. PD Nidwaldener Zeitung. 26 Bilder 26 Bilder gewählt, FDP René Schuler, 1984, EITK. Die Platz. Elektroinstallateur PD Nidwaldener Zeitung.